Ich rufe Tagesordnungspunkt 46 auf, das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Wiedereinsätzen von Prof. Hans-Joachim M. als Geschäftsführer der Hessen-Film, Hessen-Film und Medien GmbH, Drucksache 20-1418. Erster Redner ist der Kollege Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Redezeit ist zehn Minuten pro Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geschätzte Steuerzahler auf der Tribüne. In den letzten Wochen haben wir ein mediales Spektakel erlebt, das in der jüngeren Landesgeschichte seinesgleichen sucht. Die Handlung des Films ist sehr schnell erzählt und beruht auf einer wahren Begebenheit. Einen kurzen Moment, Herr Kollege. Das geht überhaupt nicht. Bitte lauschen Sie dem Redner. Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit. Ich bitte auch keine Zurufe auf die Besuchertribüne oder von der Besuchertribüne herunter. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. In den letzten Wochen haben wir ein mediales Schauspiel erlebt, das in der jüngeren Landesgeschichte seinesgleichen sucht. Die Handlung des Films ist sehr schnell erzählt und beruht auf einer wahren Begebenheit. Die handelnden Personen sind frei erfunden. Die Protagonisten dieses Dramas sind zwei in die Jahre gekommene politische Parteien, ein rückgratloser Landesminister, ferner eine kleine subventionsabhängige und fundamentalistische Klientel, sowie ein tragischer Held, der in einer kafkaesken Situation unter die Räder kommt. Zur Handlung. Der Geschäftsführer der Ungarischen Filmförderungsanstalt wurde von dem zuständigen Minister für Kunst entlassen, weil jener sich mit dem Vorsitzenden der Oppositionellen Sozialisten zum gemeinsamen Essen traf. Nachdem dieses Ereignis durch ein Foto publik wird, fordern 557 Angehörige einer fundamentalistischen Sekte mittels einer Petition die Entlassung des Geschäftsführers. Diese wird ergänzt durch ein anonymes Schreiben, welches ausdrückt, dass dieser nicht mehr ihr Vertrauen genieße. Die beiden Regierungsparteien Fidesz und KDNP handeln sofort und entlassen unseren abtrünnigen Helden. Reaktion hierauf. Der deutsche Außenminister erklärt, dass die ungarische Regierung die Demokratie geschädigt habe. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD und DIE LINKE Zeitgleich wird von der leicht mobilisierbaren deutschen Zivilgesellschaft Gesicht gezeigt. Die staatsnahen Medien berichten über die unhaltbaren Zustände in Ungarn. Broschürenzwecks Erhalt der Meinungsfreiheit werden in großer Auflage unter das Volk gebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie merken, ist die traurige Handlung nicht in Ungarn, sondern hier in Hessen angesiedelt. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Meine Frage an Sie. Wo und wann haben Sie, Sie, die sich öffentlich so gerne als Teil der toleranten Kräfte in Szene setzen, gegen diesen Ausgrenzungsversuch eines Menschen Haltung bewiesen? Sie haben sich entweder weggeduckt oder, das ist weit verwerflicher, sich an der Inszenierung dieses traurigen Schauspiels aktiv beteiligt. Vor wenigen Wochen stolzierten einige von Ihnen zusammen mit den gemäß Selbsteinschätzung guten und gemäß Fremdeinschätzung bisweilen schönen, aber für die Beobachter sicherlich nicht dem wahren verpflichtenden Filmschaffenden über den roten Teppich zur alten Oper. Einer fehlte, Prof. Hans-Joachim Mendig. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Dieser wurde zuvor über Wochen zum Spielball Ihrer Eitelkeiten degradiert, was jeden den Rest menschlichen Anstandes vermissen lässt. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Der ehemalige Spiegel-Redakteur Jan Fleischauer hat dies auf die Kurzformel gebracht – ich zitiere ihn – wenn sich Kleingeister groß fühlen. Fühlen Sie sich hierdurch angesprochen? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich die Causa Mendig Revue passieren. Der Beginn der Entwicklung kann auf das Jahr 2015 datiert werden. Minister Rhein berief damals Mendig zum Geschäftsführer, und er der Hessen Film- und Medien GmbH. Seitens des Koalitionspartners BÜNDNIS 90 die GRÜNEN stieß diese Personalentscheidung auf wenig Gegenliebe. Herr Mendig wurde als Neoliberaler – was immer das heißen mag – medial abqualifiziert, obwohl er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Mehr noch, Herr Mendig hat als Geschäftsführer viele künstlerisch ambitionierte Filmprojekte finanziell gefördert, die hinsichtlich ihres Bekanntheitsgrades ein Nischendasein fristen. Aber dies genügte vielen Filmschaffenden offenbar nicht. Nun zur Rolle des Koalitionspartners CDU in diesem traurigen Schauspiel. Dieser schneidet den Geschäftsführer einfach aus seinem Blockbuster heraus. Einmal mehr soll der Koalitionsfrieden tunlichst nicht gestört werden. Genauer, die GRÜNEN haben innerhalb der Koalition die Hürden an. Die CDU lässt sich von den Kulturmarxisten widerstandslos durch die Manege führen. Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben es fertig. Zeigen Sie endlich Rückgrat. Sie wissen doch selbst, was der Kulturmarxismus ist. Er zielt auf die Abrichtung orientierungsloser Massen ab, um aus diesen die anvisierte Weltgesellschaft zu formen. Die Arbeiterbewegung hatte schon vor 30 Jahren die Nase voll vom Marxismus. Seit geraumer Zeit wird nun versucht, über die Hochschulen, die Massenmedien und die Kultureinrichtungen die marxistische Theorie umzusetzen. Erinnern Sie sich eigentlich noch an das CDU-Wahlplakat mit dem Leitspruch Freiheit statt Sozialismus? Stellen Sie sich endlich vor, Prof. Mendig, in einem demokratischen Staat muss es nämlich möglich sein, ein Privatgespräch zu führen, ohne damit seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Reicht es etwa schon, in den Verdacht zu geraten, nicht der Mehrheitsmeinung zu entsprechen, um negative Konsequenzen zu riskieren? Konsequenzen, die bis zur sozialen Ächtung und den Verlust des Arbeitsplatzes führen. Der FAZ-Redakteur Plickert stellte eine vermeintlich naive Frage. Ich zitiere ihn. Wie nennt man Staaten, in denen man wegen eines Treffens mit einem Oppositionellen seinen Job verliert? Demokratien? Wer diese Frage bejaht, ist nach meinem Dafürhalten ein lupenreiner Antidemokrat. Sie wissen, dass es bis zu dem Bekanntwerden des Fotos keine nennenswerten Unstimmigkeiten zwischen Geschäftsführer, Aufsichtsrat und Belegschaft der Hessen-Film gegeben hat. Erst danach wurde ein anonymes Schreiben präsentiert, in welchem der angebliche autoritäre Führungsstil Mendigs beklagt wurde. Können anonyme Denunziationen wieder dazu führen, Menschen nachhaltig zu diskreditieren? Wie steht es in diesem Zusammenhang um die vielbeschworene Toleranz der Toleranten? Ist diese etwa nur eine Floskel für Feiertagsreden? Mit dem Fall Mendig hat diese Ausgrenzung eine neue Qualität erreicht. Wie ein Rudel Piranhas fielen 557 Filmemacher über ihn her. Herr Mendig hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Chance mehr, dieser Situation unbeschadet zu entkommen. Man setzte ihm vielmehr die Pistole auf die Brust. Ferner erwartete die Filmakademie, das heißt eine Institution, die nicht sein Arbeitgeber ist, eine Rechtfertigung von ihm. Das erinnert fatal an die erzwungenen Selbstbezichtigungen der Angeklagten in sowjetischen Schauprozessen. Frau Ministerin Dorn hielt im medialen Druck nicht stand. Es wäre gerade ihre Aufgabe gewesen, sich im Rahmen der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht vor Herrn Mendig zu stellen. Wir sollten auch hinterfragen, wer sich hinter den 557 Filmschaffenden verbirgt. Tatsächlich befinden sich darunter nur wenige Persönlichkeiten von nationalem Rang. Die Petitionen haben jedoch viele Personen gezeichnet, welche zugleich abhängig von nicht wenigen Produzenten sind. Es sind also viele Zeichner der Petitionen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu deren Initiatoren. Wie heißt es doch? Das Brot ich esse, das Liedes ich singe. Die Initiatoren forderten bemerkenswerterweise, dass sie keine Filmförderung durch die Hessenfilme annehmen, wenn man Mendig nicht entlasse. Druckmittel ist hier also ein Subvention-Annahme-Boykott, die der innewohnenden Logik entzieht sich mir hier vollständig. Denn es wird niemand gezwungen, Fördergelder anzunehmen. Wenn diese das Geld nicht wollen, freuen sich andere darüber. Tatsächlich haben nur 100 Personen aus Hessen diese Petitionen unterzeichnet. Die hessische Filmförderung und Filmbranche umfasst jedoch 2.200 Personen. Daher haben sich weniger als 5 % zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dorn hat als Ministerin für Kunst ohne dass empirische Befunde für einen Imageschaden vorliegen, eine für Herrn Mendig und für Hessen weitreichende Fehlentscheidung getroffen. Diese Fuß auf lächerlichen Boykottaufrufen sowie Denunziationen. Die Abberufung Prof. Mendigs hat einen Präzedenzfall geschaffen. Der neue Geschäftsführer wird nun wohl immer auf das Wohlwollen der sogenannten toleranten Filmschaffenden Rücksicht nehmen müssen. Dies wäre dann eine weitere Bestätigung der maoistischen Lehre, bestrafe ein und erziehe 100. Eine weitere Lehre besteht darin, dass der Fall Mendig ein nächster Indikator dafür ist, die Gefahr, dass sich die Bundesrepublik hin zu einer Art DDR 2.0 entwickelt. Hierzu titelte die Zeitung die Zeit, die staatliche Willkür in der DDR war auch nicht schlimmer als heute. Ich fasse zusammen. Herr Mendig hat sich erstens nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat zweitens nur das verbriefte Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausgübt und ist drittens zum Opfer einer perfiden politischen Instrumentalisierung geworden. Daher appelliere ich an Sie. Unterstützen Sie unsere Forderungen zur unverzüglichen Wiedereinsetzung von Prof. Mendig in sein früheres Amt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Für die Fraktion der Freien Demokraten spricht Herr Dr. Büger. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, hier bei diesem Fall, und deswegen ist das auch ein politisch relevantes Thema, geht es eigentlich um etwas sehr Grundsätzliches, nämlich in der Kernfrage darum, wie wir mit der Polarisierung in unserem Land – die haben wir vorhin schon in der Debatte erlebt, wir haben sie auch jetzt ein Stück weit in der letzten Wortmeldung gesehen –, wie wir mit dieser Polarisierung umgehen. Natürlich geht es auch konkret darum, ob ein Mittagessen mit einem politisch falschen Mitarbeiter des Landes Hessen den Job kosten kann. Auch darum geht es. Dann haben wir die Verbindung zum Thema Meinungsfreiheit, was mein Kollege Jörg-Uwe Hahn in seinem Beitrag vorhin ganz richtig dargestellt hat. Das heißt Meinungsfreiheit. Natürlich sagen können, was man möchte unter den Rahmenbedingungen, die wurden ja auch vorhin genannt, nämlich den gesetzlichen Rahmenbedingungen, treffen können, wen man möchte, nicht ohne Widerspruch zu haben. Selbstverständlich muss man Kritik und Widerspruch sogar haben, je nachdem, welche Position man dort bezieht, aber natürlich ohne persönliche negative Konsequenzen für sich fürchten zu müssen. Was wäre eine negative Konsequenz, wenn nicht der entsprechende Jobverlust? Deswegen ist das hier ein ernster Fall. Wir haben deshalb im Wissenschafts- und Kunstausschuss einen Berichtsantrag gestellt als Freie Demokraten und haben nachgefragt. Wir haben gesagt, was die Gründe waren, weil natürlich genau das im Raum steht. Ich zitiere aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung, in der Frau Staatsministerin Dorn sich die Frage nach den Gründen wie folgt eingelassen hat. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Der Hintergrund für den einstimmigen Beschluss zur Abberufung von Herrn Prof. Mendig als Geschäftsführer war die breite öffentliche Reaktion der Filmbranche auf das Treffen zwischen ihm und Jörg Meuthen sowie der Umgang von Herrn Meuthen mit dem Vertrauensverlust der Filmbranche. Das heißt, wenn wir es auf den Kern bringen, dann kann ein Mittagessen einem Landesbedienst in den Job kosten, wenn der Shitstorm am Ende groß genug ist, dass man aus einer bestimmten Richtung kommt. Das ist so das Fakt. Dann wird darauf hingewiesen, dass Fragen nicht beantwortet wären zu dem Treffen. Da darf man natürlich auch zu Recht sagen, mit welchem Recht fragt man zu einem privaten Mittagessen, stellt man dort Fragen. Man muss genauso sagen, was wären denn eigentlich befriedigende Antworten gewesen? Ich meine, wir wissen doch, dass die beiden sich mit Sicherheit nicht über das Wetter oder über ihre Kinder unterhalten haben, sondern es mit Sicherheit über politische Dinge geht, und wir vermutlich auch das, was dort politisch diskutiert worden ist, inhaltlich nicht geteilt hätten. Wenn man diesen Sachverhalt bis zum Ende denkt und sagt, in solchen Fällen muss man sich erklären, deren Erklärungen können gar nicht in positiven Weise ausgehen, dann müsste ich am Ende als Landesbedienst eine Blacklist geben mit folgenden Personen. Darfst du dich nicht treffen? Vielleicht muss man eine Whitelist geben. Vielleicht muss es eine Whitelist geben, mit der ich mich treffen darf. Ich weiß gar nicht, vielleicht nach dieser Rede, auf welcher dieser beiden Listen ich stehen würde. Das darf es an dieser Stelle sicherlich nicht sein. In einem solchen Land möchte ich nicht leben. Meine Damen und Herren, die Frage ist auch gar nicht, ob das juristisch zulässig ist. Das ist hier nicht unsere Diskussion. Das werden am Ende Gerichte, wahrscheinlich Arbeitsgerichte, entscheidend. Dafür arbeitet unser Rechtsstaat. Die Frage ist, ob das politisch klug und ob es richtig ist. Wenn man fragwürdige Meinungen, und ich glaube, auch in diesem Teil des Hauses, wenn wir uns einig seien, dass das, was dort geäußert worden ist, auch ein solches Treffen, ich hätte mich niemals mit diesem Europaabgeordneten getroffen, dass diese Meinungen fragwürdig sind. Aber ob man solche Meinungen mit formalen und juristischen Mitteln bekämpft, was bedeutet das eigentlich am Ende für unsere Gesellschaft? Deshalb sind wir Freien Demokraten uns einig und sagen, wir müssen auch Positionen und Verhalten ertragen. Ich betone das Wort ertragen, die wir ablehnen. Kritik anerwende ich selbstverständlich, ja, auch an diesem Treffen. Aber ertragen müssen wir es trotzdem. Die Grenzen der Toleranz sind in unseren Gesetzen und in Gerichten, die darüber Urteile niedergelegt. Frau Staatsministerin, Sie werden ja noch zu diesem Punkt sprechen. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Die erste Frage ist, glauben Sie wirklich, mit Ihrem Verhalten die Grundwerte, von der ich einmal ausgehe, dass wir sie teilen, die Grundwerte unserer freilich-demokratischen Grundordnung zu schützen und zu stärken oder dies nicht zu tun? Ich frage Sie, drängt dieser Umgang mit Extremismus zurück oder verfestigt er ihn? Die vielleicht wichtigste Frage dabei, da komme ich an den Anfang meiner Rede, reduziert eigentlich dieser Umgang die Spaltung in unserer Gesellschaft, die wir immer mehr merken, oder vertieft dieser Umgang diese Spaltung nicht? Diese Frage muss man stellen. Ich bitte um Antworten. Wir alle wissen, dass der Rahmen für Meinungsfreiheit, für Vielfalt unterschiedlich groß ist. Aber wo, wenn nicht im Bereich Wissenschaft und Kunst, wo, wenn nicht in diesem Bereich, müssen wir eigentlich den Rahmen weit strecken. Deswegen habe ich gerade die großen Bedenken über die vielen Punkte, die wir jetzt an den Hochschulen und im kulturellen Bereich erleben, wo wir gerade dort diesen Rahmen eng erstimmen, ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. Der Umgang mit dem Fall Mendig mag juristisch richtig sein. Das will ich hier nicht beurteilen. Politisch war er falsch. Denn man schützt eine Demokratie nicht, indem man ihre Grundwerte schwächt, sondern nur, indem man denjenigen, die sich darauf berufen, inhaltlich und dann gerne mit aller Schärfe und dann auch wir gemeinsam inhaltlich Paroli bietet. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Büger. – Für die Fraktion der SPD spricht der Abg. Grumbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich würde gerne eine Vorbemerkung machen, die sehr abgetrennt sind. Ich halte es für nicht akzeptabel, in einem Beitrag in einem demokratischen Staat Schauprozesse, die mit dem Tod der Leute geendet haben und die übelster Folter vorausgingen, mit einer solchen Auseinandersetzung zu vergleichen. Wer auch immer das tut, hat jeden Maßstab verloren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Die AfD will den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben zurückdrängen, gemeinnützige private Kulturstiftungen und bürgerschaftliche Kulturinitiativen stärken und die Kulturpolitik generell an fachlichen Qualitätskriterien und ökonomischer Nunft anstatt an politischen Opportunitäten auszurichten. Wer einen solchen Satz in sein Programm schreibt, kann kein Parlament damit beauftragen, eine parteipolitische Entscheidung zu treffen. Das geht einfach nicht. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Die Hessische Landesregierung wird ersucht im Rahmen der Wissenschaft usw. Herr Joachim Mendig auch im kommenden Sinne als Tätigkeits- als Honorarprofessor weiterführen kann. Wissenschaft muss frei sein von ideologischen Wellen. Wir wollen die Autonomie der Hochschulen stärken. Wer von Autonomie der Hochschulen redet, kann nicht per Parlamentsbeschluss eine hochschulinterne Entscheidung zu ersetzen versuchen. Auch das geht schlicht nicht. Das ist ein Widerspruch zu Ihrem eigenen Programm. Abgesehen davon zitieren Sie es selbst, dass die Hochschule sehr wohl weiß, was sie tut und was sie nicht tut. Das können Sie aus den Präsidenten Äußerung nehmen. Nächster Satz. Jeder darf in Deutschland sagen, was er will. Er darf auch treffen, mit wem er will. Das ist nicht der Punkt. Es ist auch nicht ein einfacher Angestellter, sondern es ist jemand, der eine besondere Aufgabe hat. Mit diesem Problem muss man sich auseinandersetzen. Sie würden, wenn Sie einen Automobilhandel hätten oder was auch immer, und jemand dort Geschäftsführer ist, von Ihnen bekannt ist, dass er ein Autohasser ist und sich das öffentlich herumspricht, ihn nicht behalten, wenn er kein Auto mehr verkauft. Jetzt kommt der Punkt, wo Sie über Autonomie reden. Wir sind einen Schritt weiter in Hessen. Wir haben in Hessen gemeinsam die Frage des Staatseinflusses auf Filmförderung reduziert, dadurch, dass wir diejenigen, die aus der Branche kommen, mit in die Jury geholt haben. Das war eine Form von Reduzierung von Staatseinfluss. Wenn jetzt diejenigen, die in dieser Form darüber entscheiden sollen, wie viel Förderung ist, feststellen, dass sie in dieser Art ihre Arbeit nicht mehr machen können, dann haben sie ein Problem, das sie lösen müssen. Ich glaube an der Stelle, ja, Herr Büger, es ist nicht ohne Risiko. Das verstehe ich sofort. Aber an der Stelle kommen Sie an den Punkt, dass Sie jemanden für eine Aufgabe beschäftigen, die er weder nach den Richtlinien, nämlich Freiheit, Tolerat und sonst wie, noch sonst mehr ausüben kann, weil ihm der Partner fehlt. Da können Sie sagen, ich versetze ihn oder was auch immer. Aber Sie können jedenfalls nicht sagen, ich zahle ihm sein Gehalts weiter, aber seine Arbeit wird nicht mehr gemacht. Mit diesem Punkt müssen Sie sich auseinandersetzen, gerade wenn Sie wollen, dass Hessen in der Filmförderung sozusagen das bleibt, was es ist. Ich halte das, Geschäftsführer haben eine besondere Anforderung. Ich sehe das durchaus, Herr Büger, als ein Problem. Aber wenn Sie mir die Bemerkung bestatten, erstens, ich halte den Gesprächspartner und die Tatsache, dass es als Show veröffentlicht worden ist, ist nicht nur für trivial. Da würde ich hart streiten. Da will ich jetzt nicht die stundenlange Meuthen-Zitate nachbringen. Der zweite Punkt ist etwas spöttisch. Nach Rudolf Scharping und Cem Estemir sollte man wissen, was man tut, wenn man sich mit Moritz Hunsinger auf dem Treffen trifft. Aber das ist eine völlig andere Frage. Damit kommen wir zur Frage des Kulturbegriffs, der hinter Ihrer Idee steht. Wir haben in Hessen eine Kultur, in der Vielfalt, die Bundheit und alles Mögliche in den Juries abgebildet ist. Die Mindig umfasst alles Mögliche. Nur die Frage ist, ob jemand, der diesen Prozess steuern soll und der offensichtlich diese Vielfalt nur begrenzt. Ich war nicht im Aufsichtsrat. Herr Mendig hat sich zu keiner... Passen Sie einmal auf. Sie reden für jemanden, von dem Sie nicht einmal sicher sein können, dass er das möchte. Ich will das einmal ganz freundlich sagen. Vielleicht sollten Sie, bevor Sie solche Anträge stellen, einmal mit den Betroffenen reden. Machen Sie das einmal. Das wäre ja wirklich ein Vorschlag. Ja, ja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Zweitens. Herr Prof. Mendig hat vorgezogen, gar nichts zu sagen. Öffentlich. Das darf er. Keiner kann ihn dazu zwingen. Was er im Aufsichtsrat gesagt hat, weiß ich nicht. Das darf die Ministerin auch nicht erzählen. Nur wenn danach alle Aufsichtsratsmitglieder auf die Idee kommen, es gäbe ein Problem, muss man darüber nachdenken, ob es nicht wirklich ein Problem gibt. Wie gesagt, ich will nichts kleiner machen, als es ist. Aber wir haben hier ein Problem zu lösen. An der Stelle ist es nicht einfach, eine abstrakte Debatte zu führen. Die Frage ist nicht einfach. Mit Verlaub. Nein, mit Verlaub. Wenn jemand, der Demokratie für ein begrenzt handlungsfähiges Instrument hält, versucht, politischen Einfluss zu nehmen, dann muss man darüber debattieren können. Wenn das Folgen hat und wenn jemand das mitmacht, muss man auch darüber debattieren können. Das ist nicht der Punkt. Sie haben alle Presseerklärungen gelesen. Wir haben hier keine Verurteilung einer Person betroffen, sondern wir haben gesagt, eine Funktion kann nicht mehr ausgefüllt werden. Jetzt kommen wir aber einmal zur Frage… … … … … … … … Vielleicht wären wir ein bisschen glücker, aber es ist eine andere Baustelle. … … … Entschuldigen Sie bitte, wenn ich – ich sage Ihnen ein simples Beispiel – ich treffe mich mit jemandem, den ich schon ziemlich lange kenne, und viele der CDU-Kollegen auch, nämlich mit Herrn Gauland, und würde ein Foto damit machen. Herr Gauland würde das veröffentlichen, und die Überschrift ist ein angeregtes, freundliches Gespräch. Glauben Sie doch ernsthaft, noch irgendjemand würde von mir ein Stück Brot nennen? Zu Recht nicht, zu Recht nicht, weil, mit Verlaub, wenn Sie sich auf politische Positionen einlassen und sich von Ihnen nicht distanzieren, sonst übernehmen Sie die Mitverantwortung für die Prozession. Das ist ziemlich einfach. Nein, 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 nichts, was veröffentlicht ist, es ist einfach nur ein Gespräch, und nichts, was mit diesem ... Herr Ehring, ich hätte ja sagen können, es war ... Vizepräsident Frank Lortz Das muss er nicht! Doch, das muss er ja nicht, das muss gar nichts. Aber mit Verlaub, wenn ich keine Einwilligung gebe, dass mein Foto auf Facebook veröffentlicht wird, dann macht das besser keiner, sonst hat er einen ziemlichen Ärger. Also, wir bewegen uns, und da bin ich immer noch sehr bei Herrn Böger, in einer ziemlich schwierigen Zone, aber wir bewegen uns auch in einer Zone, in der es möglich sein muss, klar zu sagen, es gibt in dieser Gesellschaft in der Tat Unterschiede von Personen von Personen. Wer für Demokratie eintritt und für Vielfalt eintritt und öffentlich das Gegenteil demonstriert, kriegt ein Problem. Vizepräsident Frank Lortz Nein, nein, Sie versuchen, das immer umzudeuten. Ich habe noch nicht ... Nein, an der Stelle, ich rede hier über Politik. Ich bin nicht im Aufsichtsrat, ich habe keine dieser Entscheidungen getroffen. Ich rede davon, wie sich jemand in der Gesellschaft verantworten muss. Das ist der Unterschied. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss eine interne Entscheidung, dazu habe ich vorher etwas gesagt, die hat etwas mit der Sache zu tun. Wenn Sie das beides vermengen wollen, ist das Ihre Art von Politik, aber es hat mit der Sache nichts zu tun. Ich versuche, sehr bewusst klarzumachen, dass wir uns hier im schwierigen Feld bewegen, aber ich lasse nicht zu, dass Sie jeden Politiker, gleich welcher Art er ist, sozusagen gleichsetzen. Mit Verlaub, ich kenne auch ein paar Leute, mit denen würde ich mich auch aus anderen politischen Parteien nicht zusammensetzen, weil ich die für keine Demokraten halte. Damit müssen Sie leben. Das ist Teil der politischen Auseinandersetzung, dass wir einzelnen Mitgliedern Ihrer Partei absprechen, Demokraten zu sein. Sie müssten langsam zum Ende kommen, Kollege Grumbach. Aber wir können das in der Regel begründen, und in dieser Frage sprechen wir niemanden ab, Demokrat zu sein. Wir haben nur ertragen müssen, dass in einer Situation die Sache immer vor der politischen Position ging. Vielen Dank, Herr Grumbach. – Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN ist die Kollegin Schmidt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bestellung eines Geschäftsführers ist zu jeder Zeit widerruflich. So steht es in § 38 Abs. 1 im GmbH-Gesetz, also erst einmal ein ganz normaler gesellschaftsrechtlicher Vorgang. Ein Aussichtsrat wurde einberufen, ist zusammengetreten und hat eine Entscheidung zur Abberufung getroffen. Trotzdem wird dieser Vorgang jetzt skandalisiert. Warum ist das so? Inhaber öffentlicher Ämter haben selbstverständlich das Recht auf Privatsphäre. Das Gleiche gilt für Geschäftsführer einer GmbH. Mit wem man sich trifft, steht jedem frei. Das liegt im Wesen der Demokratie. Aber genauso dürfen diese Treffen dann auch hinterfragt werden. Nicht, dass Herr Mendig mit Herrn Meuthen geredet hat, ist das Problem. Das Problem ist, wie er mit der Kritik der Filmschaffenden und den Fragen zu diesen Treffen umgegangen ist. Während Hans-Joachim Mendig verlauten ließ, das Treffen sei privat gewesen, sprach die AfD von einem konstruktiven politischen Gedankenaustausch. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das Private politisch geworden. Auch hat Hans-Joachim Mendig nach dieser öffentlichen Vermarktung des Treffens durch Herrn Meuthen ausdrücklich zugestimmt, wie wir heute wissen. Es gab also sehr wohl Anlass für die Filmbranche, Herrn Mendig zu fragen, welchen Charakter dieses Treffen denn nun wirklich hatte. Aber sie bekam keine Antworten. Damit hat die Entfremdung einen neuen Tiefpunkt erreicht, nämlich aus Sicht derer, mit dem die Hessen Film laut Geschäftsordnung zusammenarbeiten soll. Aber Hans-Joachim Mendig war bis zuletzt nicht gesprächsbereit. Er wollte mit der Filmbranche nicht darüber reden, was sie bewegt. Er wollte ihre Sorgen nicht hören, und er unternahm auch keinen Versuch, das verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen. Das beharrliche Schweigen von Hans-Joachim Mendig war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Protest wuchs, Jurymitglieder traten zurück. Fasst man zusammen, um möglichen Schaden vom Filmstandort Hessen abzuwenden, zu verhindern, hat der Aufsichtsrat verantwortlich gehandelt und mit der Abrufung von Hans-Joachim Mendig auf den Tiefpunkt der Entfremdung zwischen Geschäftsführer und der Filmbranche reagiert. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE und DIE LINKE Es geht also nicht, wie die AfD gerne suggerieren möchte, um eine Missachtung der Meinungsfreiheit, sondern darum, möglichen Schaden von der Hessen Film- und Medien GmbH und damit für den Filmstandort Hessen abzuwenden. Im Übrigen umfasst die Meinungsfreiheit nicht den Anspruch, dass man für sein Verhalten gefälligst nicht kritisiert werden darf. Im Gegenteil, ohne das Recht auf Widerspruch gibt es keine Meinungsfreiheit. Aber das hatten wir heute schon einmal. Auch die Wissenschaftsfreiheit ist nicht gefährdet. Derzeit diskutiert die Hochschule verantwortungsvoll vor dem Hintergrund der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit über den Umgang mit ihrem Honorarprofessor. Die Bestellung von Lehrenden liegt in der Verantwortung der Autonomie der Hochschule. Diese Entscheidung trifft weder der Hessische Landtag noch das Ministerium. Aber der AfD geht es heute gar nicht um Hans-Joachim Mendig. Auch geht es hier nicht um Meinungs- oder Wissenschaftsfreiheit. Erst recht geht es hier nicht um Kultur. Der AfD geht es um eine Politisierung und um eine Instrumentalisierung von Kunst und Kultur. Das hatten wir doch schon einmal. Kunst wurde flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Kunst wurde als entartet diffamiert. Bücher wurden verbrannt. Filme wurden zensiert. Einige von Ihnen kennen sicher den Filmklassiker die große Freiheit Nr. 7 mit Hans Albers. Ursprünglich hieß der Film nur die große Freiheit. Aber dieser Titel klang für die NS-Machthaber viel zu konspirativ. Seine Akteure rauchten, tranken, hatten außereheliche Liebschaften. Auch das alles entsprach nicht dem offiziellen Idealbild von deutschen Frauen. Eine Hauptfigur, die ursprünglich Johnny hieß, musste in Hannes umbenannt werden, weil das eben kein deutscher Name war. Im Text von La Paloma, dem Schlager, der durch den Film später weltberühmt wurde, vermutete man sogar eine politische Anspielung in den Worten Einmal wird es vorbei sein. Das war es dann auch. Die Filmfirma verlegte die Aufnahmen schließlich von Berlin und Hamburg nach Prag, um dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entgehen. Hätten Sie gewusst, dass der Film 1944 zensiert wurde? Und heute? Wieder wird die demokratische und künstlerische Freiheit durch völkisch-nationalistische, fundamentalistische und populistische Weltbilder bedroht. Wieder werden Unterschiedlichkeit und Pluralität abgelehnt. Wieder soll eine imaginierte deutsche Kultur den anderen Nationen und Kulturen angeblich überlegen sein. Gefordert wird eine Entsiffung des Kulturbetriebs, die Entideologisierung der Kulturpolitik und eine Entschlackung der Filmförderung. Das kommt aus Ihren Reihen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 gegen eine Normalisierung einer Politik, die einer freien Kulturproduktion entgegensteht und ihrer Ausübung gefährdet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Diesem Credo ist auch die Hessen Film- und Medien GmbH verpflichtet, nämlich der kulturellen Vielfalt genauso wie der gesellschaftlichen Toleranz und der Solidarität. Wir alle müssen dafür sorgen, dass Angriffe auf die Kultur und die offene Gesellschaft abgewehrt werden. Auch wenn die Wirklichkeit den Film im Moment an Wahnsinn überbieten mag, war es auch, dass diejenigen, die ihre Macht einem bösen Spiel aus Instrumentalisierung und Verunsicherung verdanken, nicht so sehr fürchten wie die Kraft der Kunst, die Fähigkeit der Kunst zu berühren, ihre Kraft schweigen und Tabus zu brechen und ihre Entschlossenheit, nicht Rädchen, sondern Sand im Getriebe der Politik zu sein. Im Kino sehen wir die Welt nicht nur, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte. Das ist eine der großen Verheißungen des Kinos und eine der großen Verheißungen von Filmen, die dieses Versprechen mit Mut, Fantasie und Leidenschaft einlösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitt. – Für die CDU ist der nächste Redner der Kollege Andreas Hofmeister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der AfD und insbesondere auch die Rede von Herrn Dr. Grobe zeigt wieder einmal die Methodik der AfD, Politik zu betreiben. Sie versuchen zu skandalisieren, interpretieren Sachverhalten in ihrem Sinne oder vertreten teilweise einfach die Vorgänge. Das steht in einer Reihe mit der Aktuellen Stunde heute Morgen. Sie skandalisieren. So ist es auch hier bei der in Rede stehenden Abberufung des bisherigen Geschäftsführers der Hessen Film und Medien GmbH durch den zuständigen Aussichtsrat. Sie versuchen, den Vorgang eine Reihe von anderen Ereignissen der letzten Wochen zu stellen. Kollege Banzer hat heute Morgen schon darauf hingewiesen. Das passt einfach nicht. Es passt in der Sache einfach nicht, was Sie hier für rein machen. In Deutschland gilt das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das steht auch unter besonderem Schutz. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass jede Äußerung und jeder Kommentar unwidersprochen bleiben muss. Genauso kann sich in unserem Land jeder mit jedem treffen. Aber man kann eben nicht erwarten, dass ein solches Treffen überall auf Zustimmung trifft. Deshalb muss man sich überlegen, mit wem man sich zeigt, mit wem man sich nicht zeigt. Das sollte uns gerade auch in der Politik durchaus bewusst sein. Gerade uns in der Politik sollte es bewusst sein, auch was die Macht von Bildern angeht. Der Vorgang um Herrn Mendig lässt sich ausdrücklich nicht mit den Vorfällen vergleichen, bei denen Meinungsäußerungen durch Blockaden von Veranstaltungen in nicht so tolerierender Weise unterbunden wurden, wie wir es jetzt in verschiedenen Punkten diskutiert haben. Aber wenn es hier um die Sache ginge, dann würden wir in der Debatte auch klar unterscheiden. Es gab eine ausführliche Beantwortung des Dringlichen Berichtsantrags der Freien Demokraten im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Spätestens dann hätte ich eigentlich erwartet, dass die Aufgeregtheiten aus diesem Vorgang heraus waren. Es waren um die 15 Seiten Protokoll, die am Ende angefertigt wurden. Man konnte wirklich klar herauslesen, wie die Vorgänge waren. Wann ist was geschehen? Wann ist welche Nachfrage erfolgt? Und dass man es sich nicht einfach gemacht hat und mal irgendwie politisch entschieden hat? Das hätte man, wenn man denn diese Beantwortung ernsthaft zur Kenntnis genommen hätte, auch so sehen können. Die Aufgeregtheit wäre heraus gewesen. Aber die eine oder andere Fraktion scheint das anders zu sehen. Bei den Antragstellern kann ich mir die Motive dahinter vorstellen. Ich habe gerade darauf hingewiesen. Frau Staatsministerin Dorn hat im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst akribisch dargelegt, wie das HMWK und das Aufsichtsgremium von Hessen Film und Medien GmbH über einen Zeitraum von wenigen Wochen mit der immer stärker aufkommenden Kritik an Herrn Mendig umgegangen ist. Als Geschäftsführer einer GmbH des Landes steht man nun einmal in einer besonderen Verantwortung und gleichzeitig auch im Blickpunkt der Öffentlichkeit oder einer Branche, die man vertritt bzw. mit der man in seiner Funktion als Geschäftsführer sehr eng zusammenarbeitet. Das bringt nun einmal eine besondere Verantwortung mit sich und auch die Verpflichtung und das Bewusstsein dazu. Man ist kein x-beliebiger Mitarbeiter des Landes, sondern man ist Geschäftsführer verantwortlich und muss dieses entsprechend auch Bewusstsein haben. Das spricht Ihnen doch keiner ab. Aber wenn man gerade in der Medienlandschaft unterwegs ist, dann sollte man um die Macht und Wirkung von Bildern wissen. Wenn dann Nachfragen auftauchen, gehört auch die Sensibilität dazu, sich zu bemühen, diese Wogen zu glätten. Das ist doch dann auch im eigenen Interesse und natürlich im Interesse wiederum des Landes bzw. der entsprechenden GmbH, dass sich Aufgeregtheiten legen. Da könnte man auch seinen Beitrag leisten. Am Ende ist es doch so, meine Damen und Herren. Die Kollegin Schmidt hat es gerade in Bezug auf das GmbH-Gesetz gesagt. Ein Aufsichtsrat steht in der Verpflichtung, Schaden von der zu beaufsichtigen Gesellschaft abzuwenden und die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Wenn das Vertrauen in die Person eines Geschäftsführers nachhaltig geschädigt oder gar abhandengekommen ist, bleibt dem Aufsichtsrat letztlich nichts anderes üblich als die Abberufung. So ist es an der Stelle. Sie versuchen es immer wieder in Ihrem Sinne umzuinterpretieren, aber das ist Ihre Art, Politik zu machen. Ich habe darauf hingewiesen. Meine Damen und Herren, viele Akteure der Film- und Festivalszene haben zu aktuellen politischen Themen eindeutige politische Ansichten. Diese muss man nicht teilen. Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Aber noch einmal als Geschäftsführer einer Landesgesellschaft zur Filmförderung sollte man sich solcher Ansichten zum einen bewusst sein. Die Positionen vertragen sich im Regelfall überhaupt nicht mit den Positionen der AfD, nicht zuletzt in der Kulturpolitik. Das haben wir gerade in der Rede von Dr. Grobe wieder erlebt, wie Sie Kulturpolitik interpretieren und wie Sie diese verstehen. Wir haben es nicht nur mit Ihrer Rede erlebt. Wir erleben es ständig immer wieder im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, wie Sie Berichtsanträge stellen, wie Sie Nachfragen stellen, wie Sie Kultur an dieser Stelle einschränken wollen und wie Sie sich am Ende des Tages zur Freiheit von Kunst, Kultur und Wissenschaft stellen. Deshalb ist es durchaus mehr als nachvollziehbar, dass in einer Szene wie der Filmbranche zumindest Irritationen aufkommen, wenn ein Treffen mit einem der führenden Köpfe Ihrer Partei öffentlich wird. Das sollte doch nicht überraschen. Wenn die Kritik sich schließlich weiter auswächst und durch angekündigte Rücktritte von Jurymitgliedern der Geschäftsbetrieb und der Zweck des Unternehmens, nämlich die Film- und Medienförderung, in Hessen gefährdet werden, ist der Aufsichtsrat gefordert und muss im Sinne der GmbH und des Landes Hessen handeln. Dies und nichts anderes liegt diesem Vorgang zugrunde. Sie verdrehen wieder einmal, wie Sie es so oft so tun, Ursache und Wirkung. Dieser Vorgang bietet sich in keinster Weise zur Skandalisierung an. Aber die Skandalisierung gehört nun einmal zu Ihrem Programm. Von daher lehnen wir den Antrag ab. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.